Die Ereignisse überschlagen sich in Fortnite, Freunde, und zwar zeige ich euch heute die neue geheime Basis von Batman in Fortnite. Dazu kommt noch eine neue Insel, die mit dem Update auch noch reingekommen ist, in der Nähe von Flush Factory. Einfach ein kleiner, neuer, geheimer Ort. Dann gibt es noch neue Informationen zum Comic-X Batman. Deathstroke wird als Skin rauskommen, plus zwei neue Skins, die ich euch in diesem Video zeige, Freunde. Und schafft mir heute 4,9 Likes für diesen späten Videos, für diese späten News. Wir gehen rein ins Video, let's go mit dem Video. Benutzt den Creator-Code Zeve, Freunde, das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz viel Liebe geht hier an euch raus. Okay, wir sind hier bei Sluppy Swamp und heute gibt es neue Informationen zu Batman. Und bei Sluppy Swamp befindet sich die geheime Basis von Batman, Leute. Okay, Batman hat sich ein Haus gekauft in Fortnite. Ich werde euch das Haus gleich zeigen. Und... Oh mein Gott. Oh, 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 okay, okay, sehr gut. Wir spielen natürlich mit dem Namer-Skin. Und bevor wir zu Batmans Haus gehen, Freunde, gibt es noch andere Informationen zum neuen Update-Batman und den Comics. Und zwar blende ich euch hier jetzt mal was ein. Es sind neue Bilder zum Comic-X-Batman-Kollaboration rausgekommen mit Fortnite. Wir sehen hier einmal die Brücke und die fünfte Ausgabe der Fortnite-X-Batman-Comic-Serie. Das heißt also, dass die Brücke damals im Trailer jetzt auch im Batman-Comic drin ist. Das heißt also, dass die Brücke eine sehr hohe und wichtige Bedeutung in den nächsten Updates bzw. im weiteren Verlauf von Fortnite haben wird. Geronimo! Ich bin hier! Oh, nice one. Da war da noch einer. Er ist da unten. Ganz, ganz close hier. Ich dachte gerade, ich sterbe, Leute. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Und den da oben müssen wir auch noch holen. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Ha! Kelly! Nicht so, mein Jung. So, aber nicht. Nee, 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 nee. So. Und ja, ich habe euch die Bilder gerade eingebindet. Und hier ist nochmal jemand. Alter, ich sage euch ehrlich, die Shotgun hittet anders krank gerade. So, jetzt gehen wir aber zur Batmans-Hütte, Freunde. Und danach gibt es einen Ort, der ganz neu erschienen ist in Fortnite. Eine Insel mit ganz, ganz komischen Sachen. Die werde ich euch gleich auch mal zeigen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieses Videos ran. Es lohnt sich immer die neuesten News und Action-Info, nee. Als nächstes haben wir Infos zu Deathstroke, ein weiterer Superheld, den wir als Skin in Fortnite kriegen werden. Man sieht hier bei dem Bild die Spitz-Axt. Oh, meine Nase juckt. Ja, wo ist denn der Typ? Bin ich jetzt blind? Ja, okay, GG. Das war auf jeden Fall ein Bot hier. Und das Bild ist hier gerade eingeblendet für euch. Man sieht hier neue Bilder aus dem Comic. Und den neuen Deathstroke-Held werden wir auch in Fortnite kriegen, Freunde. Damit ihr da Bescheid wisst. Das ist ganz, ganz wichtig. So, aber zuerst gehen wir zu Batmans Haus, Freunde. Und ihr seht, Batman hat hier etwas Geheimes errichtet. Gebt euch das mal. Seit dem neuen Update ist das Ganze hier rausgekommen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal ganz genau an. Wir sehen hier einmal ganz dick und groß das Batman-Logo. Batman wohnt ein bisschen bescheiden. Ich dachte, dass Batman reich wäre, aber der lässt sich nicht so krass angehen. Der lebt hier relativ bescheiden. Dann gehen wir hier rein, Freunde. Und sehen hier etwas ganz komisches. Als ob Batman irgendwas vorbereiten würde. Ganz, ganz weird. Wenn wir jetzt mal genau hier hinschauen. Wir haben hier einmal einen Computer, mit dem Batman wahrscheinlich geheim hier arbeiten wird. Und ansonsten haben wir gar nicht viel mehr hier. Er hat noch ein paar Slippy-Tanks hier. Eine Kiste oben. Vielleicht hat Batman noch irgendwas Geheimes im Dachboden. Okay, ein bisschen unordentlich beim Batman. Wir kriegen mal die Kiste hier. Und ja, super Loot-Batman. Was denkt ihr? Hat es mit dieser geheimen Basis von Batman zu tun, Freunde? Ganz, ganz komisch. Hier bei Slippy Swamp. Also, da muss irgendwas dran sein. Einfach so ist das Ganze nicht. Und hier ist auf jeden Fall die geheime neue Batman-Basis. Als nächstes, Freunde, zeige ich euch etwas ganz Krasses. Und zwar ist ein neuer Ort auf der Fortnite-Map erschienen. Eine kleine Insel, die neu ist. Und diese Insel befindet sich in der Nähe von Flush Factory. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ein Auto holen und dann ganz schnell da hinfahren. Uiuiui. Das wird richtig knapp jetzt. Wir müssen zu Flush Factory. Und hier ist die Zone. Wir bauen jetzt ganz schnell ein Auto. Dann kann ich euch die Insel zeigen. Wenn ich es nicht schaffen sollte, dann zeige ich euch das einfach mit einer Einblendung. Aber ich will es in dieser Runde schaffen. Wir haben noch eine Minute zwölf Zeit, um uns hier zu beeilen. Aber wir haben da Autos. Wir heilen uns dann gleich mal. Mal ganz kurz hier in die Bandage reindrücken. Wir haben 15 Bandagen. Eigentlich müssen wir es schaffen. So, let's go. Auto ist gegettet. Und jetzt ab geht's zu Flush Factory. Wir müssen uns dick beeilen. Erstmal fahren wir hier den Weg runter. Und Leute, ich weiß es nicht. Schaffen wir heute in dem Video 4,9 Likes. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir heute 4,9 Likes schaffen. Das weiß ich nicht, Freunde. Ob wir das heute hinkriegen. Ganz, ganz enges Ding. Okay, Leute. Kriegen wir leider nicht hin. Deswegen blende ich euch das gleich mal hier ein, wie es jetzt gerade bei Flush Factory aussieht. Leute, wir befinden uns gerade auf der geheim neuen Flush Factory Insel. Ihr seht hier gerade, auf der Map wird dieser Ort nicht angezeigt. Was schon mal sehr komisch ist. Zweitens, unter der Insel scheint irgendwas zu brodeln oder zu brennen oder zu heiß zu sein. Ihr seht hier, der Rauch, der hier aufsteigt. Hier gibt es ganz normalen Loot, wie zum Beispiel Munition. Diese Shotgun war hier oben drauf. Und wenn wir jetzt auch am Rand gehen, sehen wir hier auch ganz normal, wie beim Strand, ein paar Muscheln. Man kann hier abbauen. Man kann den Boden nicht abbauen. Und wenn wir hier ins Wasser reingehen, können wir leider auch nicht sehen, was drunter der Insel ist, Leute. Ganz, ganz komisch. Geheime Insel ist hier in Fortnite gespawnt. Die Zone, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Die macht gleich zweier Ticks. Let's go. Wir haben noch neun Bandagen. Ey, warum muss es immer so spannend sein bei mir? Nein, unser Treibstoff ist ausgegangen. Mayday, mayday. Wir haben ein dickes Problem. Mayday, mayday. Leute. Mayday, mayday. Hilfe. Das schaffen wir niemals. Niemals schaffen wir das, glaube ich. Jetzt geht die Zone 2. Wir haben noch fünf Bandagen. Ist da ein Matkit? Ah, ich glaube, das ist kein Matkit. Nein, leider nicht. Aber da ist ne Truhe. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Matkit aus der Truhe. Dann können wir es schaffen. Komm schon, komm schon. Gib mir ein Matkit. Wir machen kurz die Feuerstelle auch noch auf. So, okay. Jetzt müssen wir es eigentlich gleich schaffen. Nur noch eine Minute. Machen hier kurz auf. Und keine, leider. Keine. Okay, okay. Alles gut. Wir könnten es noch schaffen. Wir könnten es noch schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch 30 Sekunden. Wir warten noch. Okay, jetzt müssen wir los. Jetzt müssen wir los. Komm schon, Baby. Komm schon. Gib Butter. Okay. Wir müssen schnell raus. Wir müssen das Auto getten. Oh mein Gott. Die Zone. Wir haben es, glaube ich. Oh. Wir haben es geschafft, Junge. Was war das gerade? Leute, wir sind in der Zone. Huh. Das war gerade mal eine Action. Wir tun auf jeden Fall noch den Win. Und Leute, schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare, was denkt ihr, hat diese geheime Batman-Basis in Fortnite zu tun? Einfach so, aus dem Nichts. Wir wissen ja, dass Batman wieder zurückkommen wird. Und ich kann euch auch jetzt gleich mal hier einen Skin einblenden, der auch neu rausgekommen ist, beziehungsweise rauskommen wird. Und dazu habe ich schon ein Gameplay für euch. Ich blende euch das jetzt mal hier ein. Ja, eigentlich ganz cooler Skin. Ist mit dem neuen Update in die Cosmetics rausgekommen. Hat man entschlüsselt. Und das Geile ist dabei, der gefällt mir gut. Gut, ich muss auch sagen, in letzter Zeit kommen echt scheiß Skins raus irgendwie. Oh, warte mal. Wir leben noch sechs Leute. Wir müssen erstmal in die Zone und dann können wir den Win holen. Also meine Vermutung mit Batman ist, Freunde, dass Batman sich gerade was Kleines aufbaut auf der Fortnite-Map und dann wieder zuschlagen wird. Und alles sich in Gotham City verwandeln wird. Das ist meine Vermutung. Das wäre ultra geil. Also ich feiere Batman persönlich. Aber ich würde mir wünschen, dass auch Superman irgendwie in Fortnite reinkommt. Wisst ihr, wie ich meine? Superman wäre halt auch krass in Fortnite so. Uns fehlt einfach der richtige Superman, ne? Okay, vier Leute leben noch, Leute. Oh mein Gott. Ich habe die Zone ganz vergessen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist gar nicht gut, was ich gerade hier gemacht habe. Ist das eine blaue Eier? Ne, ist es nicht, schade. Es sah blau aus. Okay, da hinten gibt es Fights. Ganz... Oh, da ist Mad Kid. Zuerst Mad Kid getten. Und dann ganz entspannt. Ganz entspannt. Oh mein Gott. Warum habe ich nicht gebaut? Warum habe ich nicht gebaut gerade? Ich wollte auch noch bauen. Freunde, das war es mit dem Video. Ich könnte heulen. Wir haben keinen Wind geholt. Ich rasch aus. Aber lasst auf jeden Fall einen Like da. Bis dann. Haut.